Wir sind Studenten der dualen Hochschule im Studiengang BWL Industrie und machen gerade im Rahmen des fünften Semesters unsere Studie zum teilautomatisierten Fahren. Wir haben zwei Fahrzeuge von Mercedes zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben Systeme wie natürlich Einparkassistent, Spurhalte und Spurwechselassistent und natürlich Tempomat und Abstandsregelung. Und wir wollen jetzt eben herausfinden, wie verhalten sich die Probanden mit diesem System? Konzentrieren sie sich immer noch auf die Straße trotz der Systeme oder verlassen sie sich schon sehr darauf? Wir haben unsere eigenen Probanden akquiriert. Wir als Gruppe hatten jetzt vierundzwanzig Probanden, mit denen wir so zweieinhalb Wochen unsere Sachen erhoben haben. Und wir sie einfach mal auf Bahnen einladen, ganz normal, dann sollten die Probanden ganz normal einparken oder mit dem Teilautomitivieren Parkassistenten. Es ging um Spurhalteassistenten zu testen und einen Spurwechselassistenten zu testen. Während der Fahrt haben die Probanden entweder ein EEG auf, das die Hirnströme misst oder eine Eye-Tracking-Brille, die die Blickverläufe aufzeichnet. Die Stimmung war eigentlich, die Probanden sind gekommen und haben gesagt, ich muss ja nichts machen, das Auto kann alles. Also man musste den Probanden eigentlich erstmal erklären, nein, das Auto kann noch nicht alles. Und so viele Probanden sind halt mit der Erwartung hergekommen, dass das Auto auch anders aussieht wie ein normales Auto. Wir waren dann ganz überrascht, dass sie mit einer ganz normalen E-Klasse oder einer ganz normalen S-Klasse fahren. Ganz interessant war auch, dass viele gesagt haben, dass sie zum Beispiel den Fahrmodus mit den Systemen anstrengender fanden als einfach normal zu fahren, weil sie quasi immer, wenn sie die Hände vom Lenkrad nehmen, die ganze Zeit ihre Aufmerksamkeit wieder aktivieren müssen. Also die Studie hat an sich mega viel Spaß gemacht. Das ist halt mal cool, weil wir ja eigentlich, also wir sind hier ja an der DHBW, haben halt einerseits die Theorie, andererseits halt wirklich die Unternehmenspraxis im Unternehmen. Aber so eine empirische Studie in dem Umfang führt man ja nicht privat oder just for fun einfach durch. Und deswegen war das mega interessant, alles von vorne bis hinten mitzuerleben. Und wir sind ja auch wirklich da eingebunden mit der Auswertung und die Probandenakquise. Das kriegt ja alles in unsere Händen und eigentlich haben wirklich alle mega engagiert mitgemacht. Und es war echt ein cooles Erlebnis.